Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Format hier auf meinem YouTube-Kanal. Dieses Format nenne ich War Z Tagebuch. Und zwar werde ich immer wenn ich mit anderen Leuten zusammen War Z spiele, die geilsten Szenen hinausnehmen und dann daraus ein kleines Video machen und das dann hochladen. War Z Tagebuch, Tag 1. Was nehmen wir denn jetzt am besten mit? Am besten einmal Custom Guerilla und am besten im 16 mit ein paar Offsätzen. Moment, ja genau, die hat 30 Schuss, das ist einwandfrei. Ja, Offsätze am besten wäre, naja, Holocite oder, ach komm, ich nehme Arcock mit. Und ein Schalldämpfer, ja dann passt das. Vielleicht noch einmal Bandagen, ach komm, nehmen wir einmal mit. Die normalen reicht, falls wir vom Zombie mal angegriffen werden oder so. Aber ja, das durfte dann schon reichen und dann machen wir uns mal auf den Weg. Heute sind Knochen, Matze, Tobi, Max und ich, auch Max, mit am Start und unser Plan ist es nach Smallville zu gehen und dann dort ein bisschen auf andere Spieler zu warten und die dann gegebenenfalls weg zu snacken. Am Blue Ridge Settlement, also in der nördlichsten Base, haben wir uns dann erstmal gefunden und waren dann auch schon wenige Minuten später in Smallville und haben uns verschanzt. Das Schlagen geht nicht. Das, was ich an die Seite gestrickt habe, ist sehr nutzvoll. Nutzvoll? Oh Gott. Ja, das geht. Zombie. Ach du Scheiße, der kommt Zombie, der wird uns einfach wegbomb. Okay, hast du Wasser? Oder auch was? Okay, danke. Oh, da hat jemand Geld vergessen. Cool. Bei dir. Nach ca. 30 Minuten ließ ich dann auch schon der erste Spieler blicken. Sieht an, als muss irgendjemand noch 11 klingeln. Noch? Ne, ich bin da. Also ab jetzt nehme ich wieder ab und zu mal ein bisschen auf. Gut. Guck mal. Wie findest du das Video? Wer redet denn da? Findest du den Farber und so? Ja, das ist ein Milchschlitter. Guck mal. So sieht die aus. Einfach hier drin, lasst ihr auf euch zukommen jetzt, gell? Ich bin sofort da hier. Ja, ich will mich hier kurz um die Ecke gucken, um mich zu sehen. Ja, hallo. Ich lauf nicht weiter. Ich lauf nicht weiter. Hier. Das geht jetzt sogar. Dickes Tal. Könnt ihr den sehen? Ja. Echt, wo ist der ungefähr? Komm, ich fand der Oberer, der ist gleich auf der linken Seite. Auf der linken Seite? Der ist auf der linken Seite von der Straße. Läuft der schon rein? Nö. Der chillt ja gerade noch, Gettomir, ne? Seht ihr das richtig? Ja. Dieser Spieler ist aber auch kurze Zeit später wieder dispawned. Und nach einer weiteren Stunde haben wir uns dann auf den Weg nach Clearview gemacht, in der Hoffnung, dort ein paar Spieler anzutreffen. Doch es kam ganz anders. Warte, der hat gerade... Was hat denn der ausgerüstet? Ich guck mal. Wie geht der denn der wohl? Ich treff nicht, ich treff ne. Der hat sich geheilt. Warte, der hat zu mir. Der hat auf mich. Hast du dich getroffen? Nope. Ne. Ich weiß nicht mal, wo der ist. Der ist da unten, und an dem beharrten Baum läuft der weg. Ach, du, mit dem beharrten Baum. Ja. An dem... Okay, das war jetzt sein dritter Schuss. Knall dir noch ab, bevor der seine... Ja, vorher hätte er schon mal drei abgegeben. Knall dir mal irgendjemand ab, wenn der seine... Nee, so. Ach, der. Oh. Baum. Klautenstaub. Ja. Ich hab's gesehen. Ich nehm sein Zeug. Du bist doch scheiße. Holt den euch, der ist noch da unten, ich seh den. Ja, ja, den Large Backpack aber bitte auch, und die MTV Forest. Das bin ich übrigens. Ja, der nimmt die, der nimmt die, bevor man sie kommt. Und meinen Stank 30 auch, und die M4 auch. Ach, ich dachte, du war ein C-Mac. Der rennt, ja, das war an der Waffe dran. Ich glaub, der rennt weg, ja, der rennt weg. Oder der ist hinter die Kuppe gelaufen, hinter die nächste. Ja, und was jetzt? Da. Da. What the fuck. Du hast doch aber gelegen, oder? Ja. Geil, der ist aufgestanden. Ganz kurz. Ich war im Krieg. Äh, pass mal auf, Weißwaffe. Alter, ich krieg jetzt da nicht hin. Der kommt. Der kommt zu dir. Wo ist der denn? Der ist bei Weißwaffe. Renn weg. Renn in die Safe Zone, bitte. Renn weg. Hey. Tobi, ja, vielleicht können wir uns erst mal um den Typ. Wir probieren zu der Stelle. Renn in die Safe Zone, ich bin nicht richtig. Mit der Safe? Renn in die Safe Zone, ich lock mich jetzt in die Zone. Ich muss gleich keinen. Ich muss gleich keinen. Okay, der kann euch jetzt nicht mal sehen. Hey, das ist noch nicht so. Der schöne Kuppel, der schöne Kuppel. Der schöne Kuppel. Der schöne Kuppel. Streichkiesig bin bei dir, Matze. Ja, das sehe ich. Siehst du ihn? Äh, so ungefähr. Ich weiß, wo er umgeburten gefällt. Ich nehme mich gar nicht. Ich habe keine Vorstellung, wo der ist. Du weißt, ob er nicht schön zu kommen. Ich bin 50, ca. 50 Meter von ihm weg. Innen wir laufen. Zumke auf dich. Ich trau mich aber nicht. Hast du aber auch so ein Sturz. Mein Gott, der hat ja nicht wieder so Aim-Assist. Was habe ich? Ach man, meinst du, der hat wieder so Aim-Assist wie der gestern? Nee. Ich glaube nicht. Dafür, weil er hat ja so schlecht geschossen. Ja, der hat nicht einen... Und, ich lag hinter der Kuppel. Hehehe. Ah, Alter. Jetzt bin ich frustriert. Wie konntet ihr uns alle one-hitten? Wenn wir IBR-Sand dann haben und so. Der hat eine Blazer. Ja, und? Blazer. Headshot. Ja. Macht die nicht trotzdem, Mondshot. Nee, nicht immer. Nee. Nee, stimmt, die hat ja schon mal Hitmarke gegeben, ne? Watzel. Genau, dann hat der zwei Mal. Und immer hatte ich halt einen IBR-Sand oder so ein Scheißer. Nee, nicht. Ich glaube, einmal hatte ich sogar keine... Pass auf, der kommt gleich hoch. Pass auf. Echt? Nee, schießt ihn. Nee, schießt ihn. Wenn er hochkommt, dann musst du ihn von hinten wegholen, gell? Nicht jetzt? Nein, du. Nein, jetzt geht wieder andere Suche, gell? Ja, woher siehst du den denn? Ja, woher siehst du den denn? Ja, ich auch, aber... Du stehst ihn auffällig. Nein, ich kann grad nicht. Deswegen bleibt mir ab sofort immer in vorne. Ja. Ich geh mal ein bisschen näher hin, okay? Ach, ich... Tolly, D-Matsche. Es zoomt in meine Richtung oder der da, D-Matsche, weißt du's? Was? Was? Ja, der zoomt in meine Richtung. Ich seh ihn nicht. Mann, alter, das ist voll kacke. Wenn man nicht weiß, wo der ist. An allem ist Matze schuld. Wieso bin ich daran schuld? Du wolltest da hin. Nö. Du wolltest da hin. Matze, von wo aus gesehen ist der jetzt ungefähr? So in die... Warte, in die Richtung... Richtung Shoot Farm so. Nee, von dir hast gesehen... Von dir hast gesehen, nach vorne geradeaus, links oder rechts. Scheiße damit. Von mir aus Richtung Shoot Farm. Schau in Richtung Shoot Farm, dann weißt du, wo der ist. Okay, geradeaus. Dann kannst du vielleicht mal kurz das Zeug vom Dings-Tubi ansammeln. Nee, äh... Obwohl, dann mach ich das kurz, dann kann ich nicht mehr mit der Slider abholen. Müsst du den aber vielleicht irgendwie ablenken. Weil, der wird schon nicht wollen, dass wir das Zeug nehmen. Matze, äh, Quatsch. Max, du lebst noch, ne? Weil, Alter, das ist, dass ich dabei hatte, war... Wird geschossen. Auf dich? Ja, auf mich. Okay, ich komm zu euch. Ich bin zwar nicht auf eurem Selbst-Server, weil das ist ja viel zu aus. Kann ich aber trotzdem. Ich bin dann nur... Okay, ich bin jetzt für den Tour, VG. Kannst du mit der Blazer wegholen? Ja, ich muss erst mal kurz die Blazer aufsammeln. Ach, okay. Alles gut, alles. Ich treff den so nicht, aber ich nervt den gerade. Also kann ich hier jetzt erst noch... Matze, liegst du gerade? Ja, natürlich liege ich. Weil ich das Zeug hier aufnehmen muss. Okay. Schock, scheiße, nachts. Wo ist denn der scheiß Blackboarder-Lunge? Jetzt würde ich vielleicht noch aufheben von dir. Ich hab den drauf. Ah, ich bin tot. Echt? Ja. Fuck. Soll ich das jetzt mal probieren, oder sollen wir das mal kriegen? Ja, Sniper auf den. Der ist jetzt, der läuft gerade rum. Ja, warte, ich muss... Zu dir? Ey, du kannst jetzt zu mir kommen. Kannst du vielleicht meine Sachen einsammeln? Ich bin auf dem Hang, der könnte dich nicht treffen. Und wo ist der? Kannst du ihn sehen? Doch, der kommt jetzt zu euch. Der kommt da, wo ich gestorben bin. Pass auf den Berg auf. Ich bin auf dem Berg, Hang. Ey, du siehst den... Fuck! Tot? So ein Nürnblom. Jetzt läuft er. Pass auf, der läuft. Wohin? Jetzt ist er unten im Tal. Du müsstest es nur sehen. Der läuft den Berg langsam hoch. Der läuft gerade so dahin, wo ich gestorben bin. Hinter dir. Andersrum. Da. Da, da irgendwo. Red dich nach rechts. Du läufst von dem weg. Da, wo Matze gestorben ist. Da musst du hin. Wo Matze gestorben ist? Zurück, da, wo die anderen alle gestorben sind. Da musst du hin. Der Loot, der will jetzt looten. Ich gehe raus. User disconnected from your channel. Ich bin raus. Tot. Ich bin jetzt schon oben in der Frage, wenn es geht. Ich bin raus. Was ist denn der? Nochmal so mit. Dein Bandit Girl. Welche Nummer ist denn das? Ich bin jetzt gleich raus. Der ist Bandit Girl ist... Ah, der 8. 8. Ob das ein Hacker ist. Natürlich. Jo, ich glaube, das schafft vier Personen, äh, fünf Personen. Sorry, aber das schafft kein Mensch. Nochmal so mit. So, und wieder was Verlust. Nichts bekommen. Das ist voll kacko. Ja, Alter, ich hab doch gesagt, wir bleiben am besten immer nur in Clearview. Äh, in Smallville. Ja, das bleiben wir dort. Auch letztes Mal halt dort hat das ja letztes Mal auch nicht geklappt. Ah, na gut. Tja, da könnt ihr mal sehen, wie scheiße Hacker sein können und wie die einen echten Tag vermiesen. Ähm, aber trotzdem, falls euch das gefallen hat, was ich hier mache mit dem Tagebuchformat, würde ich mich freuen, wenn ihr da einen Daumen hoch geben könnt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute.